Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Lone 2. Wir spielen immer noch in dem 1.10 Modpack. Bis jetzt hat sich nicht viel geändert. Ich habe gerade eben eine coole Mod gesehen, die ich vielleicht gerne in das Modpack mit einbauen würde. Aber dazu später mehr. Bis jetzt bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich habe gerade in der Nacht einen Enderman getötet und eine Enderman Perle bekommen. Was ziemlich cool ist. Und hier versteckt sich noch ein Babyskelett. Was ist denn mit dir kaputt? Hör mal. Nein, das wollte ich nicht. Tut mir leid. So, wir wollten gerade noch ein bisschen Essen holen, denn so viel haben wir davon gar nicht mehr. Wir haben zwar gerade ein paar Kartoffeln wie gesagt noch gebraten, aber an sich haben wir gar nicht mal so viel. Und dann wollen wir uns wie gesagt heute daran machen, die erste Schmiede zu bekommen. Da müssen wir mal gucken. Normalerweise spawnen in den Dörfern ja auch welche, aber in der 1.10 ist das nicht mehr so. Denn Tinkers Construct wurde auch viel und groß erarbeitet, muss ich sagen. Von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, gibt es da einige Änderungen. Ich hoffe, das Rezept für Grout ist gleich geblieben. Perfekt. Dann können wir das schon mal hier drin einschmelzen. Kartoffeln sollten wir für jetzt einfach mal genug haben. Hoffe ich zumindest. Und ja, dann können wir wie gesagt anfangen, schon mal die ersten Sachen dafür zu bauen. Wenn wir genug Holz haben, guck mal, da ist wieder ein edler Ritter da draußen. Oh Gott, was macht der denn hier? Der hat mich gerade... Warum charge ich so komisch auf mich drauf? Komisches Skelett. Normaler laufen die immer vor allem weg. So, wir wachen uns schon mal daran, die ersten Tische für Tinkers Construct zu bauen. Denn die kennt ihr wahrscheinlich schon noch, hoffe ich. Die sind zumindest leicht geblieben. Sie haben sich ein bisschen verändert. Man hat jetzt ein cooles Interface. Das liegt aber nicht unbedingt an Tinkers Construct, sondern ich glaube, das liegt an JEI, an Just Enough Items. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich weiß nur, dass JEI cooler ist als NEI. Also Not Enough Items und Just Enough Items. Okay, die Crafting Station haben wir schon hier stehen. Dann gibt es noch einige andere, zum Beispiel den Stencil Table. Das ist das erste. Stencil machen wir uns aus ein bisschen Holzplanken und ein paar Sticks. Guck mal, ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Holz, ne? Na, nicht unbedingt. Dann machen wir uns davon auch mal nochmal ein bisschen was. Gehen wir ganz kurz raus und fällen ein paar Bäume. Wir könnten auch mal Sätze mitnehmen, damit wir neue Bäume anpflanzen können. Das heißt, wir fällen kurz Bäume und sehen uns gleich wieder, wenn wir genug Holz haben. Nein, jetzt ist die Axt kaputt gegangen. Okay, wir haben gerade mal 45 Holz, aber ich denke, das sollte trotzdem reichen, um die ersten Blöcke von Tinker's Comfort zu bauen. Und danach können wir immer noch gucken, dass wir eine coole Holzform hinbekommen. So, wir machen mal die Hälfte, ja, die Hälfte davon. Und dann können wir uns die ersten Stencils hier bauen. Und mit dem können wir uns dann unseren ersten Stencil Table bauen. Einfach nur ein ganz normaler Block und darüber den Stencil oder die Stencil. Wutsch, warum machst du komische Dinge? So, da haben wir ihn, perfekt. Unseren ersten Stencil Table. Den stellen wir jetzt auf. Ich denke, wir gehen dafür einfach mal in ein anderes Haus. Sollen wir dieses Haus hier nehmen? Dann wird das unser Tinker's Construct House, zumindest von dem Anfang. Hier haben wir jetzt die Stencils drin. Das heißt, wie nennt man das auf Deutsch? Guck mal, das ist auch so cool animiert. Und dann klickt man hier drauf. Okay, hat man leider nicht dieselbe. Wäre cool gewesen. Und hier kann man sich jetzt die verschiedenen Stencils auswählen. Zum Beispiel für eine Spitzhacke, für ein Schwert, was auch immer. Und was genau wir für Stencils brauchen, das sehen wir erst, wenn wir uns einen Toolforge machen. Beziehungsweise denke ich nicht, dass wir uns direkt einen Toolforge machen, sondern eher eine Toolstation. Das ist praktisch die etwas lowere Version davon. Und dann brauchen wir als nächstes einen Pattern, 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 Pattern. Oder nicht eine Pattern, sondern einen Partbuilder, wenn wir den hier irgendwo haben. Jetzt kommen erstmal die ganzen verschiedenen Holzsorten hier einmal durch. Und dann haben wir hier Patternchest und haben wir den ersten Partbuilder. Das heißt, wir machen wieder dasselbe. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann war es genau eine Stencil. Und das ist ein Patternchest. Und dann brauchen wir noch zu guter Letzt eine Toolstation. Dafür bauen wir eine Craftingstation. Gut, dann gehen wir rüber und bauen das einfach mal alles hier drin. Die Rezepte habe ich schon etwas länger nicht mehr gemacht, wie man sehen kann. So, dann fangen wir an mit zuallererst mal dem Partbuilder. In diesem können wir jetzt zum Beispiel, wenn wir Patterns haben, normalerweise sollten wir die ganzen Sachen hier verbunden haben. Ich weiß gerade nicht, warum man das nicht will. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir den Crafting Table zu einer Craftingstation machen. Denn normalerweise sollte man oben zwischen den ganzen Fenstern, genau, perfekt, das meinte ich. Jetzt kann man hier oben zwischen den Fenstern durchswitchen und dann kann man sich hier das Pattern machen, hier reingehen und dann direkt hier das jeweilige Pattern zu, zum Beispiel Stein verarbeiten. Als nächstes brauchten wir noch den Tool, Tool Ding, Tool, wie nennt sich das? Ich habe mich da vergessen. Tool Station, ah, okay. Dafür brauchen wir erstmal eine Crafting Station und darüber eine Stencil. Dann haben wir die Tool Station. Und was wir zu guter Letzt noch brauchen, ist eine Pattern Chest. Dort können wir die Patterns drin lagern. Die können wir dann cool anordnen. Und die setzen wir jetzt einfach mal hier drüber. Ja, machen wir sie hier drüber. Und dann klicken wir rein und dann seht ihr, hier haben wir drüben zuallererst mal die Sachen, die wir bauen können. Das heißt, wir haben hier die verschiedenen Dinger. Das ist dann immer angeordnet. Hier zum Beispiel eine Schaufel. Hier haben wir eine Axt. Das ist eigentlich ziemlich cool, dass die dann immer in die richtigen Reihenfolgen angeordnet werden. Und wenn wir jetzt eine Spitzvergaben wollen, dann haben wir eben den Stab, dann haben wir ein Pickaxe Set und ein Binding. Das steht auch unten immer dabei, was man zum Beispiel braucht. Das heißt, man kann sich hier die verschiedenen Formen machen. Und hier kann man jetzt beispielsweise Upgrades reinlegen. Wenn wir ein Schwert haben, könnten wir hier Nennerquartz reinlegen und dann kriegen wir eben mehr Attack Damage da drauf. Was ziemlich cool ist. Und wir sollten in der Theorie auch die Pattern Chests hier irgendwo sehen können. Vielleicht erst, wenn wir Pattern drin haben. Das müssen wir gleich mal gucken. Mal angenommen, wir wollen zuallererst mal ein Schwert haben. Gucken wir nach, was wir für einen Broad Sword brauchen. Dafür brauchen wir ein Tool Rod, ein Sword Blade und ein White Guard. Okay, das ist ein White Guard. Dann brauchen wir ein Sword Blade und wir brauchen einen Tool Rod. War das richtig? Sword Blade und Tool Rod. Genau, war richtig. Perfekt. Tool Rod Pattern. Die legen wir jetzt alle hier oben rein. Und dann sollten wir die hoffentlich auch hier irgendwo sehen können. Wäre zumindest gut. Warum haben die hier keinen Access drauf? Stellen wir die mal ganz kurz um. Die Pattern ploppen da zum Glück nicht raus, sondern die bleiben da. Und dann setzen wir den mal unten rein. Dann sollten wir normalerweise... Wieso haben wir keinen Access auf das? Hm. Das ist gerade mysteriös. Vielleicht muss er wirklich daneben stehen. Probieren wir das nochmal aus. Aber wenn es dann nicht geht, dann bin ich selbst auch überfragt. So, Pattern Chest. Daneben kommt dann der Part Builder. Jetzt haben wir die Patterns hier dran. Perfekt. Und dann machen wir das so. Und dann können wir auch alles, was wir haben wollen, direkt anklicken. Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, machen wir uns schon mal das erste Schwert. Beziehungsweise gleich das erste Schwert. Denn zuerst mal brauchen wir eine Form. Und diese Form müssen wir uns gießen aus Gold. Gold haben wir ja sehr viel bekommen, was ziemlich cool ist. Das heißt, wir warten mal, bis das Ground durchgeschmolzen ist. Ich mache mir in der Zwischenzeit schon mal die richtigen Pattern, die wir haben wollen. Das heißt, wir nehmen hier das Pattern, legen die Koppelstunde rein. Und dann haben wir einen Sword. Danach haben wir einen Tool Rod. Und dann haben wir einen White Guard. Sehr, sehr cool. Nice. Und die werden wir jetzt später aus Gold gießen. Das heißt, wir bauen gleich mal die Schmiede auf. Wir sehen uns gleich wieder. Sergeant Carsten zu ihren Diesten und bereit, eine Schmiede zu bauen. Nice worden. Und das werden wir jetzt tun. Denn ich habe alle Sachen dafür vorbereitet. Ziemlich, ziemlich cool. Da ist ein Zombie. Der hat unseren Villager wieder getötet. Was fällt denen ein? Wir schaffen die das immer. Wir müssen echt gucken. Ich meine, die da unten sind gut protected. Aber später brauchen wir vielleicht auch noch die anderen Villager. Okay. Ich habe mich dazu beschlossen, die Schmiede erstmal hier hin zu bauen. Wenn wir sie später woanders wollen, dann müssen wir gucken, ob wir sie an einem anderen Platz machen. Aber ich denke, für den Anfang ist sie hier schon ziemlich cool. Das heißt, wir fangen einfach an. Der Boden. Und dann einmal hier außenrum die ganzen Steine, die wir haben wollen. So. Zusätzlich brauchen wir natürlich noch einen Controller, in den wir reingucken können. Den machen wir hier hin. Passiert jetzt noch nichts. Dann brauchen wir natürlich einen Zero-Tank, in dem wir Lava packen. Number one. Und wir brauchen Zero-Stone. Danach brauchen wir noch eine Drain. Die machen wir jetzt mal hier hin. Wir brauchen ein Faucet. Das heißt, wir können hier raufklicken, damit später was rausläuft. Und ich finde es super cool, wie die neuen Models von der Drain aussehen. Oder generell die ganzen neuen Models sind ziemlich, ziemlich cool geworden. Ziemlich gut gelungen, wie ich finde. Und der Casting-Table kommt auch hier hin. Und danach müssen wir die Schmiede noch ein wenig größer bauen, damit wir hier gleich die Sachen rauslaufen lassen können. Für jetzt klicken wir hier rein. Wir haben hier neun Plätze. Denn das Ding hier ist dreimal drei groß. Das heißt, wir können insgesamt neun Sachen schmelzen. Wir brauchen, ich glaube, zwei Stück für einen Cast. Das heißt, wir brauchen insgesamt sechs Stück hiervon. Weil wir schmelzen die mal hier ein. Dann seht ihr, hier liegen die Barren drin. Und die werden jetzt geschmolzen. In der Zwischenzeit schauen wir mal, ob wir schon wieder genug Grout geschmolzen haben, um noch eine zweite Etage zu bauen. Sieht schlecht aus. Aber wir haben ja zum Glück noch ein bisschen, hoffentlich, Clay übrig. Oh Gott. Hatten wir nicht? Doch, wir hatten bestimmt noch Clay. Warte mal. Na? Ich sehe es gar nicht. Hier ist Clay. Perfekt. Aber Sand haben wir nicht mehr so viel. Aber, naja, vielleicht reicht es ja. Werden wir gleich sehen. So. Kriegen wir nochmal zwölf raus. Das ist doch mal, hm, schon mal ein Anfang. Und dann können wir uns hieraus nochmal drei Steine bauen. Aus dem anderen können wir auch nochmal drei. Also wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Sand. Und dann können wir hier hoffentlich die Schmiede wieder ein bisschen größer machen. So. Molten Gold, Six Ingets. Und das können wir jetzt einfach hier drüber laufen lassen. Nein, können wir noch nicht. Warum? Weil die Schmiede nicht groß genug ist. Deswegen wollte ich ja noch mehr Bricks haben. Okay, wir gehen mal ganz kurz hier rüber. Ähm, da war so ein kleiner See bei uns im Dorf. Und dann stehlen wir uns da einfach ein bisschen Sand. Und dann können wir gleich etwas schöner die Schmiede aufbauen. Und Gold gießen. So, die Schmiede steht wieder komplett. Das ist doch schon mal sehr, sehr cool. Und jetzt können wir uns hoffentlich genug Gold benutzen. Und, perfekt, vier Ingets haben wir noch drin, um unsere Karst hier zu gießen. Und das gleiche machen wir hiermit auch noch. Ich finde es super cool, wie das jetzt aussieht. Die Animation ist viel besser. Wann hat hier so ein Progress, damit das Ganze abkühlt? Und, nein, das war doof. Verdammt. Okay. So, jetzt haben wir alle drei Pattern, die wir haben wollen. Und das heißt, wir gießen uns jetzt das komplette Eisen, das wir brauchen. Insgesamt brauchen wir vier Eisen. Das heißt, wir schmeißen zwei Iron... Das war zu viel. Wir schmeißen zwei Iron Ore hier drüben rein. Denn ein Iron Ore gibt in der Schmiede zwei Iron Ingots. Deswegen ist es eine super Möglichkeit, Erze für den Anfang zu verdoppeln. Und was man vielleicht sagen sollte, Tinkers Construct hat sich in der 1.10 relativ viel geändert. Es gibt viele neue Items, es gibt viele andere Mechaniken. Und es gibt zum Beispiel solche Sachen wie Autorepair oder Energie nicht mehr auf den Waffen. Also es gibt es nicht mehr als Modifier. Ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass es in der 1.10 sowieso schon eine Art Autorepair gibt mit dem Mending Enchantment. Und dann hat sich Tinkers Construct eben gedacht, okay, dann macht man das so. Und generell war Autorepair eh schon ein wenig zu OP. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie das Ganze funktioniert. Denn normalerweise kann man Tinkers Construct Werkzeuge nicht verzaubern. Sondern es gibt dann wahrscheinlich ein anderes Feature oder ein anderes... Wie nennt man das? Add-on, nicht Add-on. Ich bin gerade so blöd, um zu wissen, wie man das nennt. Ihr wisst aber, was ich meine, oder? Ein nachher das Upgrade. Kann man das Upgrade nennen? Was man eben auf die Waffen machen kann? Ja, das meine ich auf jeden Fall. Und dementsprechend kann man dann irgendwie Autorepair schon wieder bekommen. Aber wenn nicht, dann setzen wir uns damit spät auseinander. Für jetzt bin ich erstmal gehypt, mir ein Schwert zu bauen. Denn das Eisenschwert, das wir jetzt haben, wir können es ja gleich vergleichen. 1,6 Attack Speed und 6 Attack Damage. Und an sich sollte das Tinkers Construct Schwert nicht mehr haben. Es wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn es das nicht hat. Na komm schon, geh rein. Perfekt. Und dann gehen wir ganz kurz in die Toolstation. Und machen uns hier jetzt das erste Schwert, das wir zusammenbauen wollen. Zack, dann ist das alles drin. Attack Damage 6, Modifiers 3. Das ist cool. Hitting things attracts nearby things. How do they work? Okay. Also wenn wir ein Schwert komplett aus Eisen haben, dann ist unser Schwert magnetisch. Das ist lustig. Vielleicht liegt das daran, dass vorhin das Skeletze auf uns zugecharged ist, als wir das hier gefeiert haben. Wäre auf jeden Fall cool. Okay, das ist also unser Schwert. An sich ist es genau gleich wie das Eisenschwert. Das Coole daran ist, wir können jetzt upgraden. Das heißt, wenn wir in den Neter kommen, dann können wir unseren Neter Quarz holen und das auf das Schwert drauf machen. Und dann können wir damit mehr Damage machen, als sowieso schon. Und wir cheeren einfach mal, wenn wir gerade einschlafen. Ich habe gerade nochmal in das Materials in New Book eingeguckt, um zu sehen, ob es einen Autorepair gibt. Und nein, das gibt es nicht. Allerdings gibt es einige coole neue Dinge in Tinkers Construct, die ich euch jetzt mal zeigen will. Zuallererst mal kann man seine Gegenstände jetzt soulbounden. Dafür braucht man einen Neter Star. Und es braucht keinen Modifier. Das heißt, wir können das immer auf unser Tool machen, wenn wir das wollen. Und dann, wenn wir sterben, behalten wir unsere Tools trotzdem. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und außerdem kann man den Hammer, genauso wie die Lumber X und den Excavator, in anscheinend auch eine Spitzhacke, wie es aussieht, jetzt mit der Größe und mit der, also generell mit der Area of Effect, sage ich, dass es einfach mal vergrößern. Dafür gibt es hier diese Expander Vertical, Do You Even Lift und den Expander Horizontal, Don't Skip Black Day. Und das bedeutet eben, dass man zum Beispiel mit dem Hammer ein 3x3 Feld abbauen kann und dann auch nur nach hinten abbauen. Das heißt, früher hat man ja mit dem Hammer 3x3x1 abgebaut. Und so könnte man jetzt, so wie ich das verstehe, ich habe es noch nicht ausprobiert, 3x3x2 oder sowas abbauen. Klingt sehr, sehr cool. Und wenn man damit auch mehr Sachen, also wenn man mehr Modifier hat, dann kann man vielleicht sogar 5x5 mit dem Hammer abbauen. Klingt ultra interessant. Und ich bin wirklich gespannt, wie das dann schlussendlich wirklich aussieht. Für jetzt kann ich euch das noch nicht sagen, aber das werden wir auf jeden Fall nochmal in einer späteren Episode von Minecraft Loans 2 rausfinden. Heißt nicht, dass wir jetzt am Ende sind, nur, dass wir das jetzt nicht unbedingt machen werden. So, machen wir die Tür wieder zu. Und dann beginnen wir jetzt gerade mal ganz kurz, unsere ganzen Erze durchzuschmelzen. Und dafür würde ich gerne noch eine Blockcast machen. So, erstmal machen wir das so. So, denn hier können wir komplette Blöcke gießen. Und dann machen wir uns noch ein paar mehr Steine. Reicht jetzt auch nicht aus, um die Schmiede auszubauen. Leider, dafür bräuchten wir 12. Wir haben aber nur 6. Nicht ganz so gut, aber, naja, auch nicht unbedingt schlimm. Fangen wir trotzdem schon mal an, das hier auszubauen, damit es relativ okay aussieht. Gut, dann bauen wir das Ding hier ab. Und dann schmelzen wir als nächstes unsere ganzen, nicht sieht's, unsere ganzen Erze hier ein. Und wir holen uns auf jeden Fall auch nochmal Lava, damit wir da ein bisschen schneller vorankommen. Und dann können wir jetzt schon unsere ganzen Erze ein wenig verdoppeln. Das Eisen ist fertig. Wir haben jetzt hier 4 Blöcke, gerade noch 3, weil hier gerade noch einer drin ist. Und in den neuen Versionen braucht der Iron Block auch sehr viel länger, um abzukühlen. Was natürlich Sinn macht. Ich meine, so ein Eisenblock ist normalerweise nun mal nicht in ein paar Sekunden abgekühlt, sondern der braucht natürlich ein bisschen. Und was wir außerdem machen wollen, ist eine Spitzhacke. Denn ich würde gerne doch eine bessere Spitzhacke haben als diese hier. Zumindest keine normale Minecraft-Spitzhacke, sondern eben eine Spitzhacke von Tinkers Construct. Und was wir nebenbei ausprobieren könnten, wäre, ob wir uns hier Modifier aus Papier machen können. Denn Papier hatte in den alten Eigenschaften oder in den alten Versionen von Tinkers Construct die Eigenschaft, dass es mehr Modifier gegeben hat. Und wenn das ja auch noch so ist, dann wäre das natürlich super cool. Denn dann können wir später unsere Spitzhacke besser upgraden. Okay, wir bauen einfach mal nichts Neues an. Aber nur weil es jetzt 9 sind, hätte ich jetzt irgendwie 8 gehabt oder so. Dann hätte ich wieder 2 angebaut. Ist ja für uns eigentlich nur gut. So, warte. Dann gehen wir ganz kurz hier rüber in unsere Tinkers Construct Hood. Und machen uns hier nochmal mehr Papier. Und jetzt kommt nämlich der interessante Teil. Zuallererst mal brauchen wir natürlich eine Pickaxe. Dann gucken wir eben nach, was wir dafür brauchen. Okay, wir brauchen ein Pickaxe-Head und wir brauchen ein Cross-Binding. Oder generell ein Binding. Machen wir uns die beiden. Legen sie hier oben in die Pattern-Chest. Und dann können wir in Part-Bilder mal gucken, ob wir uns beispielsweise das Ding hier aus Papier machen können. Und das können wir. Perfekt. Ihr seht hier Modifier 0,1. Durability 5. Extra Durability 5. Writable. Writable. More words, more modifiers. It's only logical. Okay, klingt gut. Das ist schon mal ziemlich nice. An sich weniger Tech-Damage. Mining Speed 0,51. Das können wir später hochpushen. Generell der Pickaxe-Head hat mehr Einfluss als die ganzen anderen Dinge, die wir dafür brauchen. Deswegen machen wir jetzt einfach mal den Rod genauso wie das Paper-Binding. Und den Pickaxe-Head, den machen wir uns wieder aus Stein. Denn da brauchen wir später... Habe ich keinen Stein mit? Leider nein. Kann ich mal einen aus Flint machen? Auch leider nicht. Schade. Okay. Dann machen wir uns gleich noch ein wenig einen aus Stein. Den können wir dann wieder gießen. Und dann können wir uns einen Iron Pickaxe-Head machen. Ja. Und was sich in der neuen Version natürlich auch nicht geändert hat, ist, dass sich verschiedene Flüssigkeiten mischen können. Gold und Eisen zählen jetzt zum Glück nicht dazu. Aber zwei Sachen wie zum Beispiel Gold und Silver geben meiner Meinung nach Alomite. Ich weiß nicht, ob es hier immer noch so ist. Oder nicht Alomite, sondern Elektrum. Ich weiß nicht, ob es das hier in der Mod-Pack gibt. Aber wenn es das gibt, dann sollte man bedenken, dass es passieren kann. Und dann ist nicht immer ganz so gut, unbedingt alles in die Schmiede zu werfen. Weil dann hat man am Ende zwei Stacks Bronze oder so. Und das ist dann nicht ganz so gut, wenn man das dann nicht unbedingt haben wollte. So, jetzt bauen wir gerade den hier wieder ab und setzen hier das Casting-Basin wieder hin. Da haben wir sechs Blöcke auf Iron drin. Das ist ziemlich gut. Und dann gehen wir hier in unsere Toolstation rein. Und dann bauen wir uns unsere neue Spitzhacke zusammen. Zack, perfekt. Magnetic 2, Ridable, das ist ziemlich cool. Modifier ist vier, was unglaublich cool ist. Mining Level Diamond, ich meine, das hat die hier auch. Aber wir haben Mining Speed von sechs. Das ist, würde ich sagen, eigentlich okay. Wie viel der normale Minecraft Spitzhacke hat, weiß ich leider nicht. Aber ich denke, es wird keinen großen Unterschied machen. Das Gute daran ist eben, dass wir wie gesagt hier vier Modifier drauf machen können. Das heißt, wir können sie schneller machen. Wir können Lack drauf machen. Wir können Autosmeld drauf machen. Wir könnten Silkshatsch drauf machen. Was auch immer unser Herz begehrt. Aber das alles werden wir erst in der nächsten Folge, beziehungsweise in der nächsten Folgen von Minecraft Lone 2 machen. Denn das war es heute wieder von der heutigen Folge. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Wenn es dir gefallen hat, dann lassen wir eine Bewertung da. Schaut aber dem anderen Projekt, Project Ozen 2, zusammen mit dem Debitor rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und ansonsten würde ich sagen, gucken wir ganz kurz hier rüber und sagen mal, auf Wiedersehen.